Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum zwölften Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP Home? Nachdem wir jetzt schon verschiedenste Sensoren kennengelernt haben, möchte ich mir heute mit euch zusammen anschauen, wie wir Datum, Uhrzeit und den Sonnenstand in ESP Home einbinden und verwenden können. Denn auch hier haben wir die Möglichkeit, da die ESPs ja mit dem Internet verbunden sind, auf die Uhrzeiten zuzugreifen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und genau das möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal ansehen. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen befinden wir uns jetzt in meinem Home Assistant und hier wechseln wir als erstes mal direkt nach ESPHOME. Für das heutige Projekt legen wir mal kein neues Objekt hier drin an, sondern ich würde sagen wir nehmen uns jetzt einfach mal den vom letzten Video. Dieser bietet sich nämlich ganz gut an, ihn heute einfach zu erweitern. Also gehen wir hier mal auf Edit und schauen uns noch einmal an zur Erinnerung, was wir denn jetzt hier haben. Einmal die Standardkonfiguration, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Was uns interessiert, wir haben hier unseren Switch, also einen GPIO-Pin, den wir schalten können und der bei Turn-On, also wenn er eingeschaltet wird, den Texteditor, den wir hier unten definiert haben, in den Status Relais eingeschaltet setzt und wenn er ausgeschaltet wird, dann setzt er den Status des Textsensors auf Relais ausgeschaltet. Ja, dann haben wir logischerweise auch noch hier den Textsensor, der eben von hier oben gesteuert wird und das war's erst einmal. Dieses Programm möchten wir im heutigen Video um eine Zeitkomponente erweitern. Oder anders gesagt, wir möchten diesem ESP-Home-Projekt die Möglichkeit geben, auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zugreifen zu können und entsprechend darauf reagieren zu können. Bevor wir damit jetzt hier im Programm loslegen, schauen wir uns einmal die Dokumentation an. Dafür gehen wir auf die ESP-Home-Startseite und suchen hier oben in der QuickSearch mal nach Time. Dann sehen wir hier, der dritte Eintrag ist auch direkt Time. Den wählen wir einmal aus und jetzt sehen wir, wir haben einmal eine ID, also wie immer die ID, damit wir intern auf das Zeitobjekt zugreifen können. Dann eine Time-Zone. Diese ist optional. Also hier können wir ESP-Home direkt mitteilen, in welcher Zeitzone wir uns gerade befinden. Das Ganze ist auch hier unter This Format, unter diesem Link erklärt. Da steht aber schon direkt bei, dass diese Zeitzonen-Formatierung wohl etwas komplizierter ist. Wer Lust hat, kann sich das ja mal in Ruhe durchlesen. Auf die Zeitzone im eigentlichen Sinne werde ich in diesem Video nicht eingehen, denn der Standard, wie ihr hier lesen könnt, ist, dass ESP-Home versucht, sich an der Zeitzone zu orientieren, von dem Computer auf dem ESP-Home läuft. Das muss nicht immer hundertprozentig akkurat sein. Bei mir hat es bisher aber eigentlich immer funktioniert. Dann haben wir hier den On-Time-Parameter. Dabei handelt es sich um eine Automation. Das heißt, hier haben wir wieder durch das On-Unterstrich markiert ein Event, Ereignis oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, auf das wir reagieren können. Das schauen wir uns gleich auch noch näher an. Und als letztes haben wir hier noch eine zweite Automation, und zwar On-Time-Sync. Und dieses Ereignis wird immer dann ausgelöst, wenn eine Zeitquelle ihren Zeitstempel ändert. Des Weiteren liefert uns Time mit der Condition Time.hasTime die Möglichkeit, unser Datum auf Gültigkeit zu prüfen. Das macht gerade beim Bootvorgang Sinn, denn wenn wir das Gerät gerade neu mit Strom versorgen, dann stimmt in der Regel das Datum erstmal nicht. Es muss sich erstmal mit unserer Zeitquelle synchronisieren. Und damit wir nicht mit dem falschen Datum und der falschen Uhrzeit schon irgendwelche Ereignisse auslösen, die an der Stelle gar nicht passieren sollen, kann man hier mit If Condition Time has Time eben prüfen, dass unser Datum überhaupt korrekt ist. Gehen wir erst einmal ein Stückchen weiter nach unten und fangen einmal an mit den Sources, also unseren Zeitquellen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die empfohlene Variante ist Time Platform Home Assistant. Dieser Eintrag sorgt dafür, dass unser ESP Home Gerät seine Uhrzeit und sein Datum von unserem Home Assistant Server bezieht. Eine weitere, etwas allgemeinere Variante sind die SNTP Server. Mit Time Plattform SNTP können wir also ein oder mehrere beliebige NTP Server angeben, von denen wir unsere Datums oder Uhrzeitangaben beziehen möchten. Dann gibt es noch die Plattformen GPS und DS1307, also eine Realtime Clock. Auf diese beiden Varianten gehe ich in diesem Video nicht weiter ein. Wenn euch das interessiert, zum Beispiel mit der Realtime Clock, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann können wir das nach den 24 Folgen dieser ESP Home Tutorial Reihe gerne nochmal in einem gesonderten Video betrachten. Gehen wir also wieder zurück zu Home Assistant und SNTP Time Source und binden diese doch einfach einmal in unser ESP Home Projekt ein. Wir beginnen also mit der Komponente Time Plattform Home Assistant. Den Eintrag kopiere ich mir jetzt einfach mal, wechsle nochmal ins ESP Home. Hier gehen wir jetzt mal ans Ende unseres Programms und fügen hier unsere Time Komponente ein. Und mit diesen drei Zeilen haben wir jetzt schon die aktuelle Uhrzeit und das Datum in unser ESP Home Projekt integriert. Möchten wir sicher gehen, dass für den Fall, dass unser Home Assistant Server mal nicht erreichbar ist, wir trotzdem eine gültige Zeit und ein gültiges Datum erhalten, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, eine weitere Time Integration hinzuzufügen. Nutzen wir also in unserem Beispiel jetzt mal diesen SNTP Eintrag als Fallback Mechanik. Wie wir in den ersten Videos ja schon gelernt haben, die gleiche Integration darf nicht zweimal in unserem Programm vorkommen. Sie ist ja ebenfalls eine Time Komponente, also kann dieses Time hier weg. Und wir brauchen nur den Eintrag Plattform Doppelpunkt SNTP und die ID. Wenn wir nochmal in die Dokumentation schauen, wir haben hier mit Servers die Möglichkeit, auch eigene Zeitserver anzugeben. Werden diese nicht hinterlegt, werden standardmäßig die hier aufgelisteten 0-3.pool.ntp.org Server verwendet. Damit ihr jetzt aber wisst, wie das aussehen müsste, wenn ihr eure eigenen Zeitserver hinterlegen wollt, machen wir das Ganze hier jetzt mal mit den Standardwerten. Und zwar müsstet ihr dann hier schreiben, Server Doppelpunkt und da es sich um eine Liste handelt, rücken wir jetzt hier ein, beginnen mit einem Minus und fügen einmal die erste URL ein. Der zweite Eintrag kommt dann wieder mit einem Minus direkt darunter und den dritten Eintrag packen wir auch noch dahin. Und das wäre die Standardkonfiguration der Zeitserver. Das S habe ich noch vergessen. So und jetzt ist ESPHome auch zufrieden. Um jetzt zu überprüfen, ob die Zeitintegration auch funktioniert hat, verwenden wir jetzt einfach mal unseren Textsensor und lassen uns hier, anstelle von Relais ist aus oder eingeschaltet, einfach mal unser Datum und Uhrzeit anzeigen. Dazu schreibe ich jetzt hier einfach mal Auto, Leertaste, Time-Text. Ich erstelle also eine Variable vom Namen Time-Text. Und der weisen wir jetzt unser Datum als String zu. Das machen wir mit ID in Klammern Home Assistant-Time. Damit holen wir uns also unser Objekt Time-Plattform-Home Assistant, denn das hat die ID Home Assistant-Time. Darauf rufen wir jetzt die Methode Now auf, um den aktuellen Zeitstempel zu kriegen. Und diesen wandeln wir jetzt um in einen formatierten String. Und das machen wir mit strf-Time. Und in Klammern müssen wir jetzt noch unser Datumsformat angeben. Als Datumsformat sagen wir mal %d für den Tag, dann Punkt, %m für den Monat, Punkt, %y für ein vierstelliges Jahr. So, und jetzt fehlt noch die Uhrzeit mit %h, Doppelpunkt, %m, Doppelpunkt, %s. Damit haben wir jetzt hier hinten noch Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunden. Und somit ist unsere Datumsangabe eigentlich schon komplett. ESP Home meckert jetzt hier, dass unser Lambda noch keine Return Value hat, denn wir haben den Wert hier zwar ermittelt, geben ihn aber noch nicht zurück. Also sagen wir jetzt hier noch return Time-Text. Und wie wir uns erinnern, die Rückgabewerte unseres Textsensors müssen in geschweiften Klammern zurückgegeben werden. Also packen wir noch geschweifte Klammern drumherum, speichern das Ganze und sind fertig. Wie bin ich jetzt auf so ein Konstrukt gekommen? Wenn wir hier in der Dokumentation mal noch ein Stückchen weiter runter scrollen, dann gibt es hier den Punkt Use in Lambdas. Und hier seht ihr ein Beispiel ID, dann unsere Zeit-Komponente und Punkt Now. Damit holt man sich die aktuelle Zeit. Und dann wurde etwas weiter unten für ein Display-Objekt mit strftime unser Datum in einen formatierten String umgewandelt. Und das habe ich dann entsprechend ein bisschen angepasst, denn die IT-Komponente haben wir an unserer Stelle jetzt gerade nicht zur Verfügung. Wir haben ja kein Display. Und dann musste ich nur noch hier die Format-Maske entsprechend anpassen. Welche Werte ihr im Format verwenden könnt, das seht ihr dann hier. Zum Beispiel das große Y ist das Jahr in vierstelliger Form. Das kleine Y ist das Jahr in zweistelliger Form. Kleines M ist der Monat. Großes M sind die Minuten. Ihr seht also, Groß- und Kleinschreibung ist bei dem Format absolut wichtig und entscheidend. Also Vorsicht bei der Eingabe der Format-Maske. Das nur kurz am Rande erwähnt, woher ihr diese Informationen bekommt. Ich würde sagen, wir laden jetzt dieses Programm als Beispiel einfach einmal hoch. So, der Upload war erfolgreich. Unser Gerät ist wieder online. Also würde ich sagen, wechseln wir mal in die Oberfläche und schauen uns das Ganze einmal an. In der Übersicht im Reiter Test haben wir hier noch unseren Sensor und das Relais eingebunden. Und hier sehen wir jetzt in unserem Sensor auch ein aktuelles Datum und die entsprechende Uhrzeit. Ja, ich habe diese Videoserie vorproduziert. Wenn wir jetzt das Relais einschalten oder ausschalten, seht ihr, aktualisiert sich der Template-Sensor und nach 60 Sekunden sollte hier wieder das Datum stehen. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wir sind ja bei der Time-Komponente, machen wir also direkt weiter. Der erste Schritt hat funktioniert. Wie ihr das Datum formatieren könnt, wisst ihr nun auch schon. Nun möchte ich euch abschließend noch zeigen, wie ihr mit der Time-Komponente Aktionen basierend auf der Zeit auslösen könnt. Sagen wir mal, ich möchte zum Beispiel zu einer bestimmten Uhrzeit mein Relais ein- oder ausschalten. Dann kann ich das tun und zwar mit On-Time. Hier sehen wir jetzt im Beispiel, dass wir unter On-Time zum Beispiel Sekunden und Minuten angeben können und darunter dann eine Aktion, die ausgelöst werden soll. Zusätzlich zu Sekunden und Minuten kann man hier unten noch sehen. Man kann genauso auch die Stunden angeben oder den Wochentag. Oder für die Leute, die aus dem Linux-Bereich kommen, es gibt sogar die Möglichkeit, die Zeitintervalle in Form der Cron-Syntax anzugeben. Im ersten Beispiel würde zum Beispiel der Switch alle fünf Minuten hin und her geschaltet und zwar immer genau dann, wenn die Sekunden null sind. Im zweiten Beispiel wird eingeschränkt wochentags, Montag bis Freitag. Also am Wochenende läuft diese Automatisierung hier gar nicht und sie läuft nur genau um sieben Uhr 30 Minuten und null Sekunden. Also einmal täglich von Montags bis Freitags. Das heißt also, wenn wir hier die Sekunden angeben und schreiben dahinter nur eine Zahl, dann heißt das, der Sekundenzeiger muss genau auf dieser Sekunde stehen, die wir hier angeben, damit das auch gültig ist und auslöst. Bei Minuten, sehen wir, wird die fünf mit einem vorangestellten Slash angegeben. Und das wiederum heißt, alle fünf Minuten. Also um fünf nach, um zehn nach, um 15 nach, 20 nach, 25 nach und so weiter. Des Weiteren kann man hier ebenfalls auch sagen, ich möchte zum Beispiel die Aktion bei null Sekunden, bei 30 Sekunden und bei 45 Sekunden machen. Wenn ich also mehrere genaue Angaben haben möchte, kann ich diese auch einfach Komma separiert angeben. Genauso habe ich auch die Möglichkeit, mit einem Minus zu sagen, zum Beispiel von zwei bis sechs. Ich glaube, das sind so ziemlich alle Schreibweisen, die wir hier in unseren Zeitangaben verwenden können. Und natürlich abschließend noch den Stern. Und das zieht einfach immer. Hier unten finden wir jetzt noch eine Warnung. Und zwar, wenn man zum Beispiel hier sagt, ich möchte alle fünf Minuten meinen Schalter toggeln, also hin oder her schalten, ein oder aus. Toggle wechselt ja einfach immer den Status hin und her. Man gibt aber keine Sekunden an. Dann muss man bedenken, der Standard für Sekunden ist Sternchen. Das heißt, zu jeder Sekunde. Also, um fünf Minuten nach drei zum Beispiel, würde jede Sekunde der Schalter einmal betätigt. Wenn ich das nicht möchte, muss ich hier oben noch die Sekunden angeben, also mit Seconds Doppelpunkt 0. Spielen wir das Ganze jetzt einmal bei uns durch. Wir schreiben hier also einmal on-time Doppelpunkt. Und dann erstellen wir jetzt hier einen Listeneintrag, also wieder ein Minus. Und dahinter dann Seconds Doppelpunkt. Und wir möchten jetzt mal alle zehn Sekunden unser Relais schalten. Also schreiben wir darunter then. Und unter then müssen wir ihm jetzt noch sagen, was er tun soll. Und zwar switch.toggle. Und jetzt brauchen wir nur noch die ID von unserem Relais. Das wäre in unserem Fall hier Pin 2. Das fügen wir hier hinter noch ein und sind fertig. Wir sagen hier einmal speichern und installieren das Ganze. Der Upload ist abgeschlossen. Also gehen wir wieder in die Übersicht auf den Reiter Test. Jetzt sehen wir hier, unser Relais ist ausgeschaltet. Und ohne dass ich etwas klicke, wurde jetzt das Relais eingeschaltet. In zehn Sekunden sollte sich das Relais auch von selber jetzt wieder ausschalten. Jawohl, das tut es auch. Und insofern haben wir jetzt eine zeitbasierte Automatisierung erschaffen. Damit man das Ganze noch etwas besser nachvollziehen kann, machen wir noch ein kleines Beispiel zum Abschluss. Und ich setze hier mal den Textsensor auf eine Sekunde Update Intervall, damit wir hier auch die genaue Zeit sehen können. Und zwar sagen wir jetzt hier mal bei Sekunden zum Beispiel 3,6,9 und meinetwegen 15, 40 und 50. Die beiden Statusänderungen für Relais ein- und ausschalten schmeißen wir mal raus und installieren noch einmal. Der Upload ist erfolgreich. Wir wechseln wieder in die Oberfläche in den Reiter Test. Und wir sehen hier oben, die Uhrzeit aktualisiert sich jetzt im Sekundentakt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Echtzeit. Und jetzt können wir hier auch sehen, zu den hinterlegten Sekundenangaben wird jedes Mal unser Relais geschaltet. Ja, soviel erstmal zu Datum, Uhrzeit und der Sonnenposition in ESP Home. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr aber doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also eins dieser Themen interessiert, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns nämlich mal an, wie man mit ESP Home einen Pulssensor erstellen kann. Bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020